So, herzlich willkommen zum sechsten Daily Vlog. Ja, wie immer heute Skifahren. Let's go. Man sieht sich dann später wieder. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Ja, das ist so schön. So, herzlich willkommen zurück! Wie man sieht, wir haben wunderschöne Uwe. Ich schneide in meinen Nacken. Ich bin auch da fertig. Ich bin auch da dran. Ah, geil. Jedenfalls... Ich bin jetzt komplett das. Sind Sie ja nicht einmal das verdient, oder? Ja, das stimmt. Finden Sie. Fancy Oberrals. Ja, wir gehen jetzt... Ja, übrigens, das war's für heute mit Skifahren. Und jetzt gehen wir mit unserem Fancy Oberrals der Laborfahrt. Jetzt a go. Warte, er ist so hoch. Gott. Scheiße. Let's go. Oh, shit. Öff. 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 Aua. Pist du ab? Wie geil, was ich so gut ist? Ja, Mama, sorry, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Ja, was? Ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Ja, da bin ich, ich bleibe. Ja, ich bleibe! Hallo? Oh, Prowa? Oh! Marie? Hilfe! Hilfe! Hallo, komm mal rein, lass aus, lass aus, lass aus, lass aus, warum, lass aus, ja, warte, Warte was tun sich, ah, warte! Alter! Ist du lights. Das ist einfach ein Schuss. Ich brauche das! Helmets noch Justice. Oh있! Das hat immer gut. Der ist nicht weg. Jaaaaa,ods. Ausstoß! Ausstoß! Alter, stehst du am absoluter Stelle? Scheiße Und dann guckt jemand oder einfach was Ich habe meinen Finger verslaucht Arme Finger Scheiße Bialdi So Das war es dann wieder vom sechsten Daily Vlog Ja, ähm Ich würde sagen, wie immer Abonnieren und Like nicht vergessen Und die Glocke aktivieren Und tschau Das war's so cool Und da geht's in der WNLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NchSK Vielen Dank.